So, genau. Nehmen wir uns auf. Okay. Oh, dann guck mal hier die Welle. Schau. Wow. So. Ja? Genau, jetzt musst du... Ja, aber das Paddel hast du noch ein bisschen verdreht. So, ne? Ja, jetzt kannst du mal versuchen. Ja. Genau, merkst du jetzt... Ja, jetzt wieder drehen. Genau, wie lange ist das? Ja. Boah, das ist jetzt mein... Das drehe mich leicht, oder? Hm? Ja, genau. Du kannst jetzt in die Studium eintreten. Das ist halt das sehr gute jetzt. Wenn wir... Also du kannst jetzt voll das Steuer umlegen. Wie ist das eigentlich, wenn jetzt hier ein Dampfer kommt? Ist das... schon eine Gefahr für euch dann, oder? Ja, die haben schon einen Vorfahrt. Also da muss man dann ein bisschen aus der Fahrt rausfahren. Aber es sind halt dann viele... Also du kannst jetzt hier in der Mitte bleiben. Dann kannst du es nach rechts her. Genau, und jetzt hältst du einfach gerade. Also schon so ein bisschen Multitasking... Ein bisschen Multitasking braucht man schon, ne? Ja. Jetzt kannst du ein bisschen nach rechts lenken, damit wir die Wellen ein bisschen mehr als 90 Grad nehmen. Nach rechts lenken? Ja. Hoch, hoch, hoch. Das war ein bisschen zu viel rechts, oder? Nein, nein, das war gut. Okay. Von der Seite... 90 Grad von der Seite wäre noch viel höher geworden. Was passiert, wenn es euch so umwippt? Was? Was passiert, wenn es euch hier mal umwippt? Ja. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, dass wir teilweise mit 180 Schlägen die Minute fahren. Jetzt habe ich ein schlechtes Gefühl. Ja, jetzt machst du wieder zu viel links. Ja, okay. Das ist doch dann schon was mit dem Fuß zu steuern. Man macht gerne auch mal die falsche Richtung dann, ne? Also jetzt, wenn man das zum ersten Mal so macht. Ja, gut, das ist dann beim ersten Mal, ne? Normalerweise würdest du jetzt gar nicht so weit trocken beim ersten Mal. Und dann mit diesen Übungsstunden, die du am Anfang verbringst, um sitzen zu bleiben, kommst du dann auch mit dem Steuerknüppel oder mit dem Lenken zurecht. Okay. Kannst du noch ein bisschen nach rechts fahren? Ja. Vor allem jetzt wird es ja eigentlich erst anstrengend gleich, ne? Jetzt wird es gleich erst anstrengend. Ja. Der muss ein bisschen mit dem Lenken. Okay. Ja. Wie viel Platz habt ihr nach links und rechts, wenn ihr fahrt? Wie viel Platz ist normalerweise auf so einer Bahn von links nach rechts? Äh, die drei? Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht neun oder sechs. Dann kann es jetzt hier auch nicht gehen. Wie rum? Ähm... Ja, nach rechts. Also, nach da. Gibt's auch ne Lieblingsseite sozusagen, zu der man dreht? Ja. Hm, naja, jetzt jetzt äh... Gibt's auch ne... 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 Ja? So? Gibt's auch ne... Ja. Gibt's auch ne... Gibt's auch ne... Übersicht, dass es jetzt hier gerade Bilder, ne? Also, es wäre jetzt besser, wenn wir auf der anderen Seite sind. Also jetzt wie die Fähre, genau das reicht jetzt, also nicht weiter rüber lenken. Okay. Noch ein bisschen mehr wieder. Nach da? Ja. Also ein bisschen weiter nach rechts jetzt wieder lenken. Ne, rechts nicht links. Wenn wir jetzt auf die rechte Seite rüber fahren wollen. Ja, stimmt. Dann so einen 45 Grad Winkel. In Richtung dieses Fähranlegers da fahren. Ja, klar. Entschuldige, das war zu fein. Scheiße. Ne, du kannst ein bisschen weiter rüber, weil wenn wir jetzt bis zum Anleger, den Anleger nehmen, dann fahren wir ganz schön lange in der Mitte. Dann rücken wir es erstmal. Ich will jetzt noch einen Rückblick wieder haben. So. Okay. Jetzt wieder ein bisschen nach rechts noch. Ich lenk dir da nicht. Kannst auch ein Stück. Ja. Dann hat er immer so Angst, dass man irgendwie auflaufen könnte. Also, naja, hier liegt ja das, hier liegen ja die Schiffe an. Na ja, stimmt. Da kann es nicht flach sein. Sollte es nicht so flach sein. Das stimmt. Sollte an der Boje dann da vorne, muss man auf die Höhe der Boje fahren, weil es da wirklich flach ist. Aber hier ist, hier kannst du erst noch bis an den Anleger ran fahren, weil, wie gesagt, die Schiffe fahren ja auch hier bis ran. Und je tiefer es ist, umso mehr Strömung ist es ja auch, dann ist es halt schlauer, mehr am Rand zu fahren. Ah, okay. Jetzt hast du mich überrascht. Ich bin mit dem Fuß unten an diesen Dings angestoßen. Und da habe ich es gelenkt. Ich muss auch ein bisschen rechts bleiben. Deshalb. Genau, sei es auf der Elbe oder auf dem Fluss, ist auch nicht wo. Es ist halt kein stehendes Gewässer. Und da merkt man auch schon den Unterschied. Wie man auf einem Fluss oder auf einem See trainiert. Aber jetzt muss man halt immer gucken. Okay, wenn man jetzt sagt, man fährt zur Boje oder Richtung Boje. Ja. Wenn man einfach nur kurz auf die Boje hält, dann braucht man halt viel länger, als wenn man noch ein bisschen drin bleibt und dann später raus fährt quasi. Soll ich jetzt auf Boje fahren oder? Ja, jetzt schon. Weil jetzt ist hier rechts ein bisschen ein bisschen das Wasser. Und da ist es dann echt flach. Ja. Also noch ein bisschen raus am besten. Also hier kenne ich mich auch nicht ganz so gut aus. Aber das sollte reichen. Link beim Boje? Es ist zu viel. Du hast gemerkt, wenn jetzt der Zöderpader, wenn du jetzt die Spitze quasi zu sehr in die Richtung dreierst, dann drückt die Strömung das direkt um. Okay. Das ist auch schon angenehm für mich. Ja. Mach ich dich eigentlich die ganze Zeit nass? Nee, nee. Ich kann dir ja den Druck vom Kabel wegnehmen. Achso. Also jetzt erstmal drüber zu fahren und dann drüber raus. Hier vorne ist es sauer, dass es ein bisschen weiß wird. Ja. Ja. So. So rumdrehen oder? Nee, 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 nee. Jetzt kannst du theoretisch so, also mit der Spitze in den Augenblick, wenn die anpassen. Ah ja, okay. Das heißt, wir müssten jetzt nochmal... Nö, nö, genau. Und jetzt kannst du erstmal ein bisschen reinlassen. Ja, ja. Okay. Steuern so ein bisschen lassen. Jetzt muss man wie die Pferde, die denn ja auch nicht immer. Und deswegen geht da nochmal Gas weg. Und die Pferde, wo die Elbe fest... Wie? 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 Genau, und jetzt können wir sie einfach so... Jetzt ein bisschen sichtlich. Jetzt wieder ein bisschen nach links lenken. Jetzt nochmal leicht nach rechts. Jetzt kannst du wieder Anschlag nach links. Nein, 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 nein. Jetzt. Genau. Ja, nicht reden. Aber wie gesagt, wenn du einen Arm hier auflegst, ist zum Arm gehen.